guten tag liebe leute gute ritter der leichten unterhaltung ja ich habe mich informiert ich habe herausgefunden und ich habe vor zu machen also können ganz einfach beim wolf um den eid bitten also ja und da passiert nichts man kriegt nur einen weiteren eid haarens wachhunde seht ihr du hast einen beweis das eis erhalten hoch errungenschaft freigeschaltet eid haarens wachhunde wolfs blutgras klingelt darbieten na ich weiß ja nicht so ja und zwar der eid das ist dieser hier schwört dem eid von pharons wachhunden die treue was das genau macht weiß ich auch nicht der blaue eid da gibt mir polizisten der andere blaue eid da macht mich zu einem polizisten und was noch hier ich herausgefunden habe ist dass ich mich vielleicht ein bisschen genauer umsehen sollte ich habe das gefühl die hälfte der sachen verpasse ich einfach ja also und zwar hier war nix weiter allerdings dort schaut mal moment seht ihr was hier war nix oder ne hier war nix oder ne seht ihr was irgendwie irgendwo irgendwas was nicht so scheint dass es so sein sollte und zwar da wo die spitze meiner achse hin zeigt da sind ja zwei deutsche äh abstufungen keine ahnung wie ich das nennen soll da kann man drauf springen und hier war aber gar nix nein da war auch nix nein gut gut denn dahinter geht es ja noch weiter und dafür ziehe ich vielleicht die axt lieber aus nehme stattdessen mein irityl schwert ja ja dann muss ich einfach hier drauf troppen dann muss ich da drauf troppen ha sieht so anscheinbar aus von hier oben dort ja genau da kommt man zurück ah und hier muss man auch drauf troppen mit fallschaden so dann hier möchte ich nicht sprinten hier tada ha ha zwei echsen zwei echsen äh kann ich auf ich einfach stehen ee ee nein Nein, 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 nein was? okay ich hatte nie vor die arme kleine süße Echse mit dem selbstmord zu treiben und da ist noch ein alter was wie viele Echsen sind denn hier? oh mein himmel das ist ja wie weihnachten fast nur halt in darkfuss version und noch eine große titanitsscherbe ja die arme Echse ist da stecken geblieben ok da sind die leichen da habe ich den typen gefunden oder wie der heißt das habe ich eigentlich für eindringstag bekommen titanitschuppen kleine titanitschuppen materialien glaube ich verstärken waffe plus 6 uiuiuiui karamba ui 3 ok ahja das da was was macht das noch mal nein war das das nein moment ich habe ja mal was gefunden irgendwas hier das eisenfleisch das ist ein zauber pyromantie versteckt schadensmitte rum alle resistenzen erhöht gewicht wow ok ich wusste mal halt nein da war ja noch eine exe oben ich wusste mal zurück ich sammle das hier mal auf blitzschweig was krieg ich denn hier alles was ein wunder schleudert blitzschweig was so zeus mäßig ich sollte als nächstes fokus und aushöhlung 99 ich sollte hier als nächstes zauberei und glaube leveln alter wie zeusler die spitze schweißen drachen wappenschild barrieren abwärmen doch um 100 das ding ist sogar besser ein ritter schild mit eingraviertem drachen wappen einer der verzauberten blauen schilde der drachen wappenschild reduziert feuerschaden beträchtlich wenn ich ausrüste genau bin ich schwer oh nein aha ich muss einfach den schild wechseln ah ja nice ja geil oh ja oh ja oh ja wenn ich das ding auslese bin ich fast fast zu schwer hiermit bin ich zu schwer oh komm zeig dich mal du schöner schild ich wusste gar nicht dass es dich gibt ach ja ne warte mal ich probier es mal damit das ding macht doch fast schadendächtig ey 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 nein schäpel warum trittst du wo war teamfunk okay aha es gibt es doch nicht du willst es doch veräppeln so meine güte gut die exe hatten wir erfolgreich verpasst das ist doch mach dich und deine kinder kalt komm feuer schaden zeig mir mal was du kannst hier feuer schaden los bin ich unverwundbar gegen brandpfeile und geschossen und keine ahnung was er Oh! Oh, ist er ja! Oh, schade. Ich hab die eine Echse verpasst. Na gut, ok. Wie kommt der wieder? Glaube ich. Und hier ist... Ist nichts. Nein, hier ist nichts. Hier ist nur tot. Ach komm, warum heile ich überhaupt? Da ist ja gleich ein Lagerfeuer nebenan. Unten. Irgendwo. Ist hier noch was? Was tut du? Du bist hier anders. Okay. Du bist wohl der, der es am weitesten geschafft hat im Leben. Okay. Ja. Ach, schade. Hier ist nichts. Da ist nichts. Ah, nein. Ich bin nicht da veräppelt. Alter. Äh. Wow. Elf Minuten. Uff. Ich wollte gerade sagen, wow, elf Minuten und ich mache hier nichts Produktives. Oh Mann. Komm schon runter mit dir. Alter. Zum Glück habe ich Augen. Ui. Ui. Uiuiui. Okay. Okay. Texturen, die von unten... äh... Nicht beleuchtet werden. Was heißt nicht beleuchtet? Nicht texturiert sind von unten. Da oben, ne? Ja. Gut. Oh Mann. Die arme, eine Echse da, die hier in den Tod gesprungen ist. Oder so, ne? Oh Mann. Vor allem, die hat noch so eine süße Rolle gemacht und hat die Beine ausgebreitet. Ausgebreitet. Als würde sie fliegen wollen. Manro. Ah. Donnerstag. Jawohl! Schwerer Edelstein! Yeah! Yeah! Assassin's Creed! Yeah! Red Mole? Ich muss er! Hey, ich wollte... Hey! So! Hier noch was! Ach! Die Serien! Ich dachte schon, was ist das denn für eine Anomalie? Ui, ich hatte 14! Tausend! Okay! Okay! So! Hier wäre ich jetzt fertig! Das Tor ist dort weg! Ah! Ne! Das ist offen gewesen! So! Drei Echsen! Ich habe jetzt alle drei gehabt! Wenn nicht hier oben noch eine vierte war, die sich versteckt hat! Ah! Ah! Knacks! Ach! Ne doch nicht! Okay! Gut! Also! Hier sind wir fertig! Sprinten! Bitte! Nein! Ja! Ey! Mach mich nicht nervös! So! Und ja! Dann! Was wollte ich nochmal? Ach ja! Äh! Schreien! Feuerschreien! So! Feuerbahnschreien! Ja! Bitte! Danke! Aram! Wirst du mal! Okay! So! 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 Feuerbahnschreien! Ich bin auf! Ach du wieder! Eh! Guten Tag! Ja! 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 Ja ja ja! Was mache ich da? Dankeschön, ich finde es der Mond treu. Ja, wo ist dein Zeichen? Wo bist du, wo bin ich? Danke schön. Moment, äh, äh, nach vorne zeigen bringt mir nichts, hoch, wollte ich nicht, äh, nach vorne zeigen bringt mir nichts, deswegen, äh, Finstermond treu. Ja, okay. So, äh, Lulets, Lulets, also wie du heißt, ich hab was für dich, beziehungsweise für den Ofen. Aha, Dr. Tetsuo. Wann die Jungs beginnen, und zwar, was habe ich denn hier Neues? Oh, was ist das denn für ein Ring? Havals Ring erhöht maximale Belastung. Oh, seele eines verirrten Dämon. Oh, seele eines, teilweise, ja. Felsbrockenhage speit Felsbrocken aus dem Mund. Ah, ja, diese Fähigkeit, die ich da vorhin hatte. Okay. Ja, okay, ich glaube, ich würde sogar den Ring nehmen. 5000 kostet er. Dann, behalte ich ihn erstmal noch. Hast du was Neues zu sagen? Ja, mhm, mhm. 5 Drohne für 5, 5 Drohne für 5 Fürsten. Alter, 5 Drohne für 5 Fürsten. 5 Drohne für 5 Fürsten. Habe ich für dich eigentlich was? Ich weiß nicht mehr. Ne, keine Ahnung. Nein, okay. Fünf Fürsten für fünf... Throne? Fünf Throne für fünf Fürsten, okay. So. Ich hab was für dich. Kohle. Kohle hergeben. Hier, Schutzgeld. Keine Ahnung. Du solltest wissen. Dieses Kohle ist mit Magik. Der erste, den ich nie gesehen habe. Es ist kaum eine Überraschung, ist es? Ich habe nie einen für Bücher oder für wunderschön. Oh. Gute, habe ich in den ersten Flakon... Ding? Nein. Gut. Dann drück ich mal auf die Glasse und gut auf dich achten. Oh mein Gott. Entschuldigung. Alter. Entschuldigung. Er ist so... Irgendwann, ne? Irgendwann hat... Ja. Irgendwann habe ich jeden hier einmal geschlagen, mindestens. Wenn das so weitergeht. So, ich hab für dich auch was. Ja, Tauberei... Ja, Tauberschriftrolle hergeben. Ja. Oh mein Gott. Well, das ist völlig unnötig. Habe ich neben dem Kleid gefunden. Oh. Habe ich im Sumpf gefunden. Was sagten die Xanthasi Schöleren mit ihrer psychischen Kopf Atmoske sagen? Und sie würden einfach Dinge sich über diese All하는데 bewerben. So, was hast du dann? Ui uuu, ui uuui! Ok ok... Ah, uaa ah, uaa. Verbrechter Nebel, setzt eine Nebelwolke frei, die die TP verzerrt. Oh, Lichtschein. Erhält die Umgebung mit einem Lichtzauber. Oh, was ist das reparieren? Repariert ausgerüstete Waffen und Rüstungen? Sowas gibt es auch. Verborgene Waffe, macht die rechte Waffe unsichtbar. Hm, das könnte lustig werden. Verborgene Leiche, macht den Körper nahezu unsichtbar. Oh, cool. Ein Geist oder ein Patron? Verzerrter Lichtfall. Verzerrt Licht, um Magie abzu... Oh, verzerrt Licht, um Magie abzuwehren. Oh. Was hat es denn damit auf sich? Verlorener Zauber aus Olasil, dem Land der alten, goldenen Zauber. Macht die rechte Waffe unsichtbar. Die Waffe selbst reist keine inhärenten Änderungen auf. Die Effektivität dieses Werkzeugs hängt, wie bei allen Werkzeugen, vom Können des Anwenders ab. Oh. Ja. Ja. Ich kenne das... Also... Äh... Nein. 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 Verdammt. Wie hieß das nochmal? Äh... 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 Ah... Äh... Er ist... Nein. Äh... 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 Feldkant Order! oh mein gott fällt kein order es gibt da irgendjemanden der kann seine waffe auch unsichtbar machen so geht es hier ja hast du was neues okay und allein gibt was neues nein nicht schon kaufen oh moment kann der zauberer alter fast fast hätte sie auch noch geslappt alter fast bohr heiliger cool ne nein komm wieder ich komm wieder kairath hast du was neues oh hello you hand in one piece you can keep the ring hey 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 ok was neues nein goodbye oh ja ok so hast du was ist er nur noch tot ja bleibt er jetzt da ewig liegen äh äh was neues nope bis wir wieder treffen yes so dann auf der schreinhüterin genau äh feuerschreinhüterin man auf stein hast mich gerade geschubst habe ich dich schon mal geslappt soll ich mal wo benötig zu sehen in 9000 eieieiei tauberei wollte ich ne äh uiuiuiui das wird teuer teuer und teuer äh wenn ich glaube tumme veröffent schreinhüterin aber rief rief Liebheit da, Stufe 40 ist da. Hast du was Neues zu sagen? Du interessierst dich auch nur an meinen Seelen. Äh, wegen meinen, äh, ja. Für meine Seelen, genau. Äh, was, was, was mache ich hier? Ich muss da. 24 Minuten. Das ist scheinbar obligatorisches Zeug, das heißt, es wird wieder eine etwas längere Folge sein. Ich habe nämlich vor, alles Zeug aus dem Sumpf zu sammeln. Ja. No? Ah. Gleich, ja, Moment. Hier ist der Hund. Hä? Hier ist kein Hund. Hast du was zu sagen? Dann sind wir hier fertig. Weee. Eigentlich wollte ich eine Rolle in der Luft machen, aber... Moment, kann ich eigentlich späten oder so? Nein. Hm, okay. Na dann. Äh, reisen in den Sumpf. Äh. Ich glaube hier hin. Ach, witzig. Ach, Moment, ich hätte was kaufen sollen. Hm. Ah, Modes. Hier, Dings. Genau. Ach, verdammt. Zeitspiel. Hu. So schnell. Entschuldigung. Das wird eine, äh, special Folge. Wieder mal. Also obligatorisches und, äh... Äh, item suche, keine Ahnung. Irgendwie so werde ich die Folge benennen. Naja, benennen. Ja, 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 ja. Ich will kaufen. Wo? 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 Oh. Ach, ich kann maximal neun ko- Ah, ich verstehe. Ja. Dankeschön. Nee, nee, nee. Ashen 1, Ashen 1. Ash. Nenn mich doch am besten Ash. Hm, das ist ein guter Name eigentlich. Ash. Soll ich eigentlich die untoten Knochensplitter verbrennen? Ich weiß nicht. Ich will die noch behalten. Auch wenn es keinen Sinn macht, ich weiß. So. Hier, Ruin in der Feste. Dann würde ich sagen... Ist damit jetzt das obligatorische Zeug zu Ende? Ah. So, das hat jetzt ungefähr eine halbe Stunde alles, alles gedauert. Wie schnell durch die Zeit verfliehen. Und jetzt setze ich den Timer und... Hallo! Und herzlich willkommen zu dem nicht-obbligatorischen Teil von Dark Souls 3. Ja, wir haben das Tor geöffnet. Stimmt ja, das war ja hier. Und wir haben da hinten genau ne Krabbe. Wie ich die bekämpfen soll, weiß ich nicht. Ich versuch's einfach mal. Habe ich muss? Habe ich nicht. Äh, ja. Lange ein Stück, naja. Blip, 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 blip. Be gone, Demon! wie da ist ja noch was eine titanitsscherbe habe ich noch was irgendwo vergessen ja bestimmt also ich hoffe mal dass es dort nicht tief ist da wo die krabbe ist ich wusste es hey okay ich sehe nichts ich sehe nichts ein hoch auf dem schild ich wurde eigentlich das ist doch nicht komm her du ich bin wieder dominator ich bin langsam aber ich bin stark mach mich nicht tot ich will das nicht 1 2 ich habe doch nein nein hoch waffenring lau in der drache cool bling 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 also 1 2 3 4 5 6 blut wow goldenes harzbündel sechs stück glaube ich oder vier ich habe es nicht gesehen große seele eines bekannten reisenden blut yeah naja ich komme mir vor wie so ein schwerer panzer seele eines namenlosen soldat ui wie viel garten ist das doch so eine weiße birke junger weißer zweig oh krone von das was was junger weißer zweig bitte was was macht das verlängert wirkung von zauber effekten oh das ist gut für den magischen schild und was um alles in der welt krone geschmückten federn übergeben an eine prinzessin von ola sild dem land der goldenen zaubereien durch den segen der wächterin elisabeth wird die macht und wirksamkeit der zauber des trägers erhöht dadurch taubereingriffe erlebende schaden steigt aber ebenfalls oh es ist also eine magische krone die den schaden erhöht alles klar und alles 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 ich war mir gerade nicht sicher ob der mich eigentlich sieht oder nicht ich habe zweitausend seelen die könnte ich jetzt eigentlich opfern aber ich gehe erstmal da land alles klar ich sehe schon es wird hier lustig ey 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 ich hab was für dich ey ey komm her komm her ey ey ja du ja hier hier komm mal komm zwischen den bäumen ja hier ja ja komm mal hier ich hab ja was was war das denn ich hab daneben getroffen ok gut hier heile ich noch mal jetzt kommt hier da so ein verrückter der mich küssen will was zum teufel ist denn hier passiert ok ach das ist ein nahe kämpfer ich dachte das ist wieder so einer da hier hey so you have chosen death so komm her ich dachte das ist wieder so einer hier der mich beißen will hey jetzt weiß ich was dann macht die ganze zeit der greift von hinter dem schild an ok was ist denn äh sind das pilze aber was denn blinder in schriftrolle des weisen ok was zum teufel sind das pilze sind das pilzmenschen oh krass was ist denn hier passiert genozid oder was ok äh was habe ich bekommen eigentlich äh halt hier hier taubereien des kristallweisen schriftrolle mit zaubernder kristallweisen gibt sie einem zauberer um die zauberer weisen zu erlernen wie jeder zauberer weiß ist die zauberer ein talent und diese zauberereien wurden verfeinert um ein ganz besonderes talent zu fördern ich habe 3.000 seel ich bin bereit diese zu opfern falls ich jetzt verrecke dann verrecke ich jetzt aber ich möchte noch mal schauen ob ich noch nicht irgendetwas weiteres finden kann zum beispiel wie die freunde oh oh hey böse böse pult pult jam 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 weggamos so das war das bin ich jetzt hier echt da geht es nicht weiter ach nee das ist hier der krank genau ah ja ich denke genau 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 gut dann gehe ich mal da hoch und das dauert jetzt wieder 1000 jahre Bim 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 bim. Hey 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 bin bim bim bim, kann ich eigentlich hier oben was ist denn ich weiß es nich tim bi. also, so, guten tag ich bin darin da. obwohl ich hab- wenn ich gleich 4.000 Seelen hab, dann kann ich auch gleich neue Moosgründen kaufen. Dafür sind sie ja da, ne? Die Seelen und die Mooskunden, meine ich. Äh, dort. Mhm, mhm. Oh. Acht kann ich, okay. Acht. Eins, zwei, drei, vier. Ach ja, stimmt ja. Ach so, dankeschön. Jetzt habe ich nur noch sechs Seelen. Oh, wie süß. Ah ja, die Dame ist weg, die Sissi oder wie die heißt. Sissi. Genau, kennt ihr den, den, hier, den wilden Kaiser? Sissi und den wilden Kaiser? Ja, irgendwie sowas. So, ja. Alter Wolf von Farron. Was auch immer das Besondere an ihm ist. Ich habe keine Ahnung. So, wenn ich hier wieder, da, nicht abstürzen, sonst bist du tot. Oh, die haben einen weiten Bogen. Aha. Sehr gut. Okay, so mache ich das in Zukunft. Ich habe hier verdammt viel Schaden, äh, Gift. Ist das daran, dass ich hier nicht die Giftsrüstung anhabe? Hat die doch was gebracht? Ach so. Ach so, da komm mal her. Ja, du störst mich gerade ein bisschen. Das heißt, ich möchte, dass du... Gut, das hat nichts gebracht jetzt. Ja, du. Gut. Nein. Hey. Wow. Hat mich das Ding erschreckt. Alter. Oh. Komm mal her. Nein. Bist du nicht? Aha. So. Aha. 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 Ich bin böse. Nein, ich bin schlau. Aha. Äh. Moment. Ich muss mal kurz nachladen. So. Energieversorgung ist wieder hergestellt. So. Weiter geht's. Dann. Dahin. Ah ja, das noch ein Vieh genau. Ah, das Duop. Das ist das Vieh. Ne, ab dahin will ich nicht, oder? Dann muss ich da hin. So. Oh, du Vieh. Oh, du Vieh. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du nicht die Glocken? Ehehehe. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ehehehe. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Komm her. Ich weiß, Du willst mich. Oh. oh oh jawoll oh was hat getroppt schwerer jede stein oh danke so damit wäre dieser da gegessen ich heile mich mal 1 wie ich es gegen 3 aufnehmen soll habe ich keine ahnung 2 3 jetzt trinke ich mal was und ich trinke noch mal was so äh da war der kessel da war noch was wenn ich mich nicht höre naja du schaffst was du schaffst was ich glaube an dich soweit es nicht irgendwie verwerflich ist hä oh stirb au jawoll aha da war noch was und dahin komme ich später glaube ich will ich mich nicht irre nein wow toller anfangen damn vergiftung wie hey okay dann wäre das jetzt erledigt äh achja ich muss wieder ins glatt schlüpfen oder nein nein ich habe schon wieder 4000 seelen wow wie viel geben die großen eigentlich zwei nein das wäre zu krass glaube ich muss ich nur noch dorthin wenn ich nichts vergessen habe ach komm ich nehme einfach und sterbe die seelen sind egal glaube ich ich meine 4.000 seelen was soll schon passieren ich will nicht herausfinden was das ding da macht rechts war noch eins oder ja wie viele sind das denn ich glaube ich muss mein kleid schützen oder verflucht oha 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 i verwandel mich in ein kristall ui 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 ja ich wollte zwar nicht herausfinden was das macht aber ich habe doch herausgefunden ui gut zeit ins kleid geschlüpfen das ist mein das ist mein taktisches kleid genau ein taktischer rock das ist mein taktischer kampfrock genau die die maske oder gibt das hier mehr 33 ok aber wie sieht die maske eigentlich aus flügel ok aha keine ahnung anime mädchen oder so ah schon besser irgendwie na dann geronimo ach ich sollte das ding eigentlich lassen das ist nicht so schlecht so dann kommt das rudel fluch spucker wer du komm her du na komm her hat sich ausgepustet gepustet. Na komm her. Oha. Nein. Geh weg. Oh oh. Oh oh. Nein. Geh weg. Ich will mich nicht in ein Mineral verwandeln, dass man dann in ein Schwert reinarbeiten kann. Oh, da verknappt. Warum sind die eigentlich von alle auf einmal aufgetaucht? Frage ich mich. Ach, das ist die Seite hier. Ach nee. Komm her du. Komm her du. Na klubschi. Komm her du klubschi. Spring auf mich. Spring auf mich klubschi. Komm. Spring auf mich. Na los. Sonst bin ich weg. Gut, dann komme ich halt zu dir. Don't show me your Popo. Cause I am very gefährlich. In the Popo. Äh. Bitte was? Hüpf. Koin. Koin. Hüpf. Komm jetzt. Ey. 23 Minuten. Wo waren die drei Riesen eigentlich? Dammit. Das schöne Kleid. Nee. Nee. Nee nicht mit mir Freundchen. Deine Mineralien...Oh. Kannst du die Moosfrucht? Kannst du die sonst frucht geken? Ach. Das ist noch so ein Ding. Oder ist das das Colonel? Genau. Ach ja, ich bin ja gestorben. das klappt ja überraschenderweise ganz gut hauptsache man hat die richtige ausrüstung so dann dahin wo sind die drei riesen ach hier kann ich auch so hier ist das tor genau aber das ist nicht das was ich da will jemand ärger ich weiß nicht warum mich der so erschreckt hat da ist die kabel da will ich nicht da war ich schon wo ist wo sind die drei die drei da ne und die kabel nein wie warst du es ich habe mich verlaufen ich habe mich erfolgreich nein hier sind sie doch die ronimo jaja hurra ich war dauerbeschuss äh, gültiger Edelfein, oder was war das? das klappt, ich überlebe doch länger als gedacht als gedacht, aber ich glaube trotzdem oder nervig okay ach ja, hey, da ist ja der dritte ich habe mich schon gewundert, wo er bleibt okay, ich habe gedacht, dort ist tiefes Wasser, aber scheinbar nein ich habe zudem erfahren, leider, dass einer von den dreien Loot bei sich trägt und ich weiß nicht welcher ja dann ziehe ich mal die Rüstung an pardon, die Actionrüstung genau ich glaube, ich muss aber äh, woanders hin, ne das, ich glaube, ich muss ich war hier da irgendwo in der Nähe war ich, glaube ich hat er so eine gute Orientierung einfach äh, nicht naja, eigentlich schon, ich meine nicht jeder Baum ist gleich aus oder steht gleich, aber egal ah, nein ne, doch, oder, hä sind die hier, sind die nicht, ich habe keine Ahnung wo sind die drei ah ja, was habe ich eigentlich bekommen das war glaube ich hier ja, Moosfrucht erhöht vorübergehend sämtliche Resistenzen zumindest keinen effektiven, strategischen da ist die Krabbe, das heißt, sie sind dort you cannot scare me da ging daneben ah ja, danke schön der Ring ist super, dass er heilt da hier es ruht, bricht das linke auch, oder wie das heißt, so da ich ja Brotmesser habe, ne kann ich ja warte mal, kann ich hier so irgendwie nein und wenn ich so hochziele nein aha the plan has funktioniert ok naja äh hoch ich will was trinken hoch mein ein hoch auf den Block ich will dir noch was trinken dankeschön so einfach außen rumlaufen ach so ich dachte, dann mach ich hier wieder ah, wusste ich doch äh äh ey oh das gibt's doch nicht jawoll ok die sind echt 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 schwierig zu managen aber der hat ja scheinbar nicht den Luf bei sich das ist nicht so toll aber gut jetzt habe ich wenigstens ne Taktik oh kommst du kommst du kommst du kommst du anvisien 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 na los na los na los na los komm schon kriegt kommt ich meinte digga die sagte digga ich habe gesagt ja ich muss mal kurz in die ecke verschwinden ja wenn das möglich ist dankeschön fahrt schwarze buchen jawohl wer war es also ein bisschen zaubern bitte schön dankeschön dann ein bisschen jetzt trinken ein bisschen zaubern abkommen noch mal und dann jawohl er ist ist am aggressiv jawohl habe ich ihn jawohl jawohl fahrschut geil zwölf taul uiuiuiui so 30 minuten das ist jetzt offiziell eine 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 einstunden folge freut euch fahrschut ok dieser breitkrämpfige ledergut wurde traditionell von meisterbogen schützen getragen und war unter den wald liebenden jägern besonders beliebt fahrr soll eins der name eines helden gewesen sein ist heute aber gemeinhin als hut die bekannt ja ok und der bogen wo war der der war der war da der fahr ist dreifach schuss ok ok dieser schwarze langbogen wurde nach einem alten helden benannt dafür seine ungewöhnliche haltung beim zählen und abfeuern bekannt war der bogen hat eine größere reichweite als standard bögen erfordert aber viel übung und geschick fahrr ist dreifach schuss der gezogene bogen liegt schnell und geschickt drei pfeile an und schießt sie alle gleichzeitig ab sehr gut dann würde ich sagen oder war das ja alles ja ich glaube das war hier alles ich verabschiede mich für diese folge und bis zum nächsten mal tschüss und jetzt probiere ich zum ersten mal weil ich nicht bock habe zu laufen den heimat knochen aus ja leuchtfeuer der letzten rast ein feuerpann schreien feuerpann schreien ich habe ja was gefunden ja